Aaaaaaahhh Einen wunderschönen guten Morgen meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Gestern habe ich zumindest Minecraft gespielt und bin tatsächlich gestern gestorben auf dem Weg zu den 20.000 Blöcken. Bin da einmal verreckt und dann wollte ich in Creative dort hinfliegen und dann ist mein Minecraft abgeschmiert. Dann habe ich gestern doch vorzeitig den Stream beenden müssen. Aber, jetzt werden wir auf ganz entspannt Rainbow Six Siege zocken. Und dabei steht zu dem Titel Kropfen ohne Ampeliner. Aber, ja, ich habe das jetzt einfach so als Tinkse genommen. So, ja, dann würde ich erst mal sagen, dann starten wir einfach mal Casual Matches. Und ich klinge gerade richtig munter, aber ich bin es nicht. Ich bin seit... ...5 Uhr auf. Seit 5 Uhr oder so bin ich auf. Ich wollte eigentlich noch länger pennen, aber meine Mama hat mich aufgewickelt und hatte gesagt, dass ich es um den Mund gehen. Deswegen hänge ich mich jetzt hier. Ich hoffe, Tiktok ist jetzt... Ja, Tiktok ist aufgedreht, man kennt's. Hm, wie ist das Dashboard? Ich brauche jetzt nicht. 12 Stunden... Und dann starten wir einfach mal den Casual rein und schauen wir mal, was wir da backen. Ich hoffe, einiges. Das klappt gleich von Anfang an. Oh, der hat so eine ähnliche Gitarre wie ich. Lul. Aber wie fehlt die letzte Seite? Oh, der hat so eine ähnliche Gitarre wie ich. Aber jetzt haben wir leider. Na komm, Alter. Ich würde jetzt nicht extra nochmal den Stream löschen müssen und dann in ein anderes Game reingehen. Nur damit ich zocke und streamen kann, Alter. Das habe ich gerade überhaupt keine Lust. Ich Da-da-da! Da-da-da! Halleluja, es hat funktioniert gleich auf den ersten Streik, Alter! Na dann schauen wir mal, was wir hinkriegen und was nicht! Boah! Da-da-da! Da-da-da! Auf jeden Fall! Erstmal wieder 30 Jahre lang im Ladebildschirm und kennt's! Na ja! Na ja! Na ja! Da-da! 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 Ich habe keine Ahnung. Sprengladung aktiv. Sprengladung aktiv. Sprengladung aktiv. Sprengladung aktiv. Beteiligung Nee, Alter Komm, spüren wir mit Echo Das ist so eine nervige Scheiße, jetzt schon Gut Camping in Österreich, die Zelte bei Privatleuten aufschlagen Google Maps, jeder Nutzer bekommt diese drei genialen Funktionen RTL-Knosis-TV-Abschied ohne Erwähnung von Raben Ha Startdatum für Grünen Pass in Österreich Anfang Juni wackelt Okay Geriata Gah 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 Captain Marvel sägt an Dwayne Johnson Muskelthrone Mit unerwarteter Geheimwaffe Okay Mein Hund galoppiert durch die Wohne Gah Oh, es gibt weiter Oh, mein Wir müssen den Bio-Befahrgut-Behälter schützen und den Raum sichern Gehen wir genau an das Helm? Scheiße die gegner gefahrgut behälter lokalisiert und zwischen zehn sekunden noch fünf sekunden doch schützt den gefahrgut behälter um jeden preis hinterhalt gelegt feindliche drohne nähert sich ich starte die uhr eingang präpariert die kamera wird aktiviert die reitschaft gemacht feindliche drohne nähert sich für keinen vorgang der verbleibende gegner so jetzt noch eines gewinnen und dann sind wir fertig dann hat die ganze scheiße schon zu lange gedauert das nervt gerade ein bisschen also mein Tod war richtig unnötig dumm es gibt es nicht das geht es nicht naja naja ich habe doch jemanden sogar angehittet im zweiten match also habe ich doch jemanden angehittet oder bin ich mir das gerade aber wirklich nur dumm an oder wie nennt man einen lillipotan einen kleinen wüchsigen der sicherheit halber Okay. Der Drone, Alter, den ich mega angeschaut Der Drone, Alter, den ich mega angeschaut Berliner Wenn man den Ötrecht nochmal kauft Wer ist willkommen Letzter verbleibende Gegner Digga, das merkt mich grad Frank? Nein, Casual Digga, wo ist der Huren? 15 Sekunden noch Ich hab ihn gefunden Digga Ja, Digga Mission gescheitert Digga Wir haben sogar noch verloren Oh ne, Alter Das ist peinlich, Alter Das ist peinlich Oh ne So heute reiß ich im Match Überhaupt nix Goddammit Da reiß ich wirklich nichts Heid Heid reiß ich wirklich nix Heid reiß ich wirklich nix Ich hab ihn Ich hab ihn Heid Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren Ich hab ihn Sooo Da bin ich wieder Mein Assist hat grad an Äh, an das sie geflopft Ich meinte, ja Bittegeber mit dem Hund Und ich, ja Ich mach das nicht noch kärchen Dann ist diese Frage Waren wir sind das Match fertig Ja Oder die Gegner tot sind Und dann Ja Oder wir Fertig das Geschützt haben Bittegeber mit dem Biogefahrgutbehälter lokalisiert Oh Digger Der hat genau denselbe Idee wie ich überhaupt, oder? Sehr gut Es ist halt jetzt keiner da, ne? Ich hab ihn noch nicht Schicke meine Brunnen los Schicke meine Brunnen los Ich hab ein Feind gesichert Ich helfe einem Verbündeten Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist Ich gebe euch nicht Kontakt zu den Seiten Nein, da waren zu zweit Warum hängen die da zu zweit da drunter? Digger hat sich das mit Lappen Digger was für Lappen, Alter Wie die da zu zweit an der Table hängen, Alter Digger, wie ich mich verarsche Digger, wie die zu zweit an der Table hängen Hauen, genau Hauen Digger Digger, das ist ja richtig kräp Aber im Endeffekt habe ich noch ein Kill gemacht Ach Digger, das pisst mich gerade aber an Das pisst mich aber kaum, du bekommst mir auch Hauen Spin Schade Gott Nein, dann gehen wir ganz kurz in die Hunde-Pause Dann werde ich das gleich hier anwriten Dann werde ich das hier gleich draufschreiben Sag Nachher zu einem Zuschauer Äh Den Ben 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja. Warte mal, bevor wir weitermachen, mit Casual muss ich jetzt mal ganz kurz was einstellen, äh, Optionen, muss kurz was bei den Audio-Dings da machen, Audio, Deutsch, Deutsch, Untertitel aus, Gesamtlautsteiger geht ja los. Warte mal, das ist irgendwie auf die Kopfhörer, das ist die Steuerung, wie konnte man das nochmal, das ist auf die Kopfhörer? Ding, Spiel, Info, Audio. Gibt's da, wie, Norich? Machen wir Englisch, Untertitel aus, Gesamtlautsteiger, Dialog. So, ich dachte schon, ich dachte schon, das Game hat irgendwas. destructive als sagt, dass Happiergang ... Kein Kraft, heetes Schallelmüller ... Kein Kraft, es ist der Sout, der Kleine Jan answered. Don't believe you're just one. Don't believe you're just one. Casual, casual, quick match. Don't believe you're just one. Don't believe you're just one. Don't believe you're just one. das ist ein programm wichser geht er wird wahrscheinlich nicht sehen als der wird das wort nicht zählen egal schau es auf der wird das wort nicht zählen so erstmal alle mit headset so brauchen wir ja nicht auf marien sub marien normal war random schon mitten in der früh stress ich liebe es es gibt es ja das war nicht so oh we did it trovate la posizione del contenitore di biorischio hmmm jetzt auch keine ich denke mal nicht ah ah ist unten oder? ja okay das wird zu weit unten nicht was 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 wir kommen in stream was was ist was w w w w Was ist das? Was ist das? F*** F*** Recarico Lutry Wo ist denn der jetzt? Ah, alles klar, verkackt! Egal, vergesse! WTF, Alter? Also, wie dreckig kann man sich verkampfen? Okay, meine Tron ist auch irgendwo Allright, Valkyrie ist tot Okay, wir sind da noch Erpacken die das? Job Okay Ah, nein Von unserem Maid Der Ingen Echt, 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 Echt! Der Ingen Oh, das ist nicht Ah, wo ist denn der letzte? Wo ist denn der kleine Wo ist denn der kleine Kobold? Wo ist denn keiner? Wo ist denn der? It's no joke, wo ist denn der? Aber wir haben C verloren, ne? Aber wir haben C verloren, oder? LOL Wo war der die ganze Zeit? Er war outside Der ja alles klar Alles klar, wie der einfach outside ist, Alter Und das war einer So, Playstation So, Playstation Dacht schon LOL Ach nee, Alter Ach nee Wie da einfach die ganze outside ist, Alter In der Hoffnung Okay Ich weiß aber nicht, von wo ich ungefähr kommen soll Ich genau dieselbe Soll ich wieder dieselbe Taktik machen und von unten kommen? Was hab ich denn da über? Okay, ich hab eh die Okay Ach du scheiße Wo, wo könnten die sein? Okay Wo, wo könnten die sein? Unten sind jetzt Leute Ah, ich schau mal oben Wenn ich küsse, wo es da reingeht So So Oben werden Es werden Definitiv keine Leute sein Was, was ich jetzt mal oben Noch weiter oben Halt, geh jetzt noch weiter hoch? Tatsächlich So, Leute, ich halt um wo ich hin Du Da war Valkyrie Let's go Let's motherfucking go ok der kollege bleibt einfach nur stehen er ist wahrscheinlich auf kader typ genau jetzt mit dem menschen leute auf karder das verstehe ich nicht ich meine casual sollte man eh nicht so alles klar von wo kommst du denn du lappen der von wo kam der denn alles klar der alles klar der nein 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 mit einer nice round der wau gg alter wauer zum glück spiel ich nicht mit dem kollegen weil er würde instant raten aber gewonnen gg alter gg wow alter wow alter wow alter dazu finde ich echt nichts ich habe tatsächlich echt hunger ich bin am überlegen nach dem match mir was zum essen zu also je nach dem match mir was zum essen zu holen ich weiß halt nicht was ich jetzt aber ich frage einfach mal aus mir irgendwas machen kann keine ahnung dann kann ich nebenbei was essen ja das finde ich dann machen eventuell wir müssen mal schauen dass wir mal schauen warte mal da lasst Da machen wir sich schnell das I-Cole rein. Das war's. Hier haben wir einen ganzen Kollegen. Genau. Dann machen wir ihn. Rufen. Hier geht's drauf. Okay. 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 Das ist ein guter I-Cole. Aber ich hab drei Endlup. Das war eine gute Idee war, sich hier zu verpiefen. Das war eine gute Idee. Ich muss mich wiederholen. Nein! Oh, Digger, bin ich dumm? Fuck! Und er ist genau noch der letzte Gegner. Oh, Digger, willst du mich eigentlich komplett hops nehmen? Wo ist denn der Pisser jetzt? Okay, die zwei wichtigsten Camps sind down. Er ist nicht draußen, er ist nicht draußen, er ist nicht draußen! Er ist nicht draußen, Alter! Ist er draußen? Er war jetzt draußen, oder war er jetzt nicht draußen? Der ja, pass auf, Alter! Oh, Digger! Ah, Digger! Ah, Digger! Siamo a 15 secondi! GD, GD, Alter, wie dreckig, alles klar, Digger GD, Alter, wie dreckig war denn das, Alter, wie dreckig, aber wie dreckig das ist, ne wie dreckig das war, Alter, alles klar, Digger, alles klar, Oh, jetzt werden wir von, so nouvelle sind ja noch ich noch не nur zwei, Alter, all uccane minha ich guck�도 in fan cam verolved wird anunter ich dir einfach hier würde ich mich ungern verpieten aber ich kann das wahnsinn machen wer noch mein ich bin kurz bei vorne mies, Alter Ja Digga, man kann sich nur irgendwie vercampen, Alter, warte mal. Ich gehe ruhig noch jetzt noch aufnehmen. Machen wir hier auch nochmal zu. Nein! Warte das Nacht? Ach Junge, ist das ein Opfer? Ich habe Ihnen einen Headshot gegeben! Sven! Das will ich jetzt sehen, Alter! Alles klar, angeblich habe ich nicht geschossen, Digga! Ich habe genau perfekt geschossen! Kann ich Junge kämpfen? Ach Junge, also! Nee, alter, nee! So, jetzt hat er aber anders krank gelegt. Loll, wie Lucky, wie ein Lucky Wichser, Loll Loll, alles klar, Digger Ich komm ganz kurz gleich wieder Loll, alles klar, Digger, Iss ist doch so genau nur für die Einheit nach dem so da bin ich wieder so ein neues match such mal einfach ein neues mädchen ich habe das hier mal ganz kurz noch mal ich habe so ein ohrwurm aber ich kann den text nicht der profi der profi habe ich mehrmals mein dingser twitch nicht so offen etwas etwas seltsam so ich habe mal ganz kurz insta schminzter so jetzt verpasst habe genau gar nichts es ist 7 uhr 31 es fühlt sich an als wäre es keine ahnung so 9 uhr oder so zu knapp 9 uhr in der früh so ich kann aber mit meinem handy jetzt google deutsche begriffe was ist österreichische begriffe oder so oder mal oder gerne irgendetwas halt google so würdest du eher machen wir mal so dann fangen wir schon mal an währenddessen das match solange wir noch am match suchen sind können wir hier mal ein paar fragen raushauen ha gutes stichwort alter gutes stichwort alter es fühlt sich an als wäre ich schon seit drei stunden live bin aber gerade mal eine stunde live der profi digger der profi so egal wir machen trotzdem noch schnell eine frage eine woche lang kein fernsehen oder kein internet haben kein fernsehen weil ich schaue allein jetzt schon so wenig fernsehen wie keine ahnung was ein harry potter marathon oder ein herr der ringe marathon harry potter ein superheld oder ein bösewicht bösewicht ein leben lang mit deiner großen liebe zusammen sein oder ein leben lang reich sein große liebe deinen schlüssel oder dein handy verlieren schlüssel man könnte ich anrufen mit jemandem verheiratet sein den du nicht liebst oder der denn ich nicht liebe dann hat die person wenigstens was davon keine ahnung es ist beide scheiße und ich habe gerade diese fragen runtergerattet wie keine ahnung was so na dann schauen wir mal wie man was tun so dann schauen wir mal ein form von vom b haben wir gefunden das ist hier aber da auch gefunden das wollte ich tatsächlich nicht für uns ich möchte mich ganz kurz vorgehen Okay. Alles klar, er kommt von hinten. Alles klar, Digga. Man kennt. Man kennt. Er kommt einfach von hinten. So ein dämlicher Bastard. Nein! Ich hab ihn doch draus! Aber dass er die Drone nicht gesehen hat, mich wundert. Hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier hinten. Ui. Ui. Da kam einer. Da hat er gedroppt. Boba Brühe oder Bubble Tea. Bubble Tea. Definitiv Bubble Tea. Aber jetzt mal no joke. Ich hab von Boba Brühe, dass manche Leute Boba Brühe sagen. Von dem hab ich noch nie gehört. Ich denk mir so, was wollen die mit einer Boba Brühe, Alter. Das heißt Bubble Tea. Was gibt's denn da noch so für Dingsda? Ähm. Was gibt's denn da noch zum Beispiel für Dingsda? Einfach ausgedacht. Alter. Was heißt, es lebt ja noch einer. Lul. Ähm. Warte mal. Ich könnte mal nachgoogeln. Das oder das. Fettklotz. Fettklotz oder Butter. Butter. So. Mini Missgabel oder Gabel? Gabel. Hehe. Ähm. Wie viele sind da noch? Ähm. Ähm. Was ist das, was ich meine? So, ich muss ja schon wieder weiterspielen, lol, überhaupt nicht gekriegt, äh, was gibt es da noch? Buchzeichen krank. Warum zieht denn das so auf mein Ohr, ey, da? Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das? Digger mate! Fiss dich, Alter! Der ja! Alter! Da war keiner. Da war keiner. Da war keiner. Nein! Grozzo oder Barmberger? Grozzo Ich bin ein Österreicher und da bei uns wie sagen halt meistens das was offensichtlich ist Butter, Gabel, Croissant oder was gibt es denn da noch so viele Sachen Erdäpfeln Was gibt es denn da noch? Was gibt es denn da noch so viele Dinger? Melanzani, Zucchini Ja, mein Finisher eben, der war wirklich legendär Ja, das war wirklich legendär Generell, was so Aim-Sachen geht, bin ich so eine richtige Niete darin Äh Äh Da, hier Ja, der ist ja Äh, ja, ja, bla 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 Protektiv, da bin ich hier So, es geht schon wieder weiter Oh Boah Dann noch Äh Es ist noch eine Sache Es ist ein hinderisches Wort Das verstehen die Deutschen überhaupt nicht Das verstehen die Deutschen teilweise gar nicht Äh, das ist äh Ja, er kriegt ja mit dann Zubel und dann 16 noch vielleicht Das wissen das ich dann Soll ich mich am Ruck, ich ziehe mich am besten hin, ohne dass ich jetzt in drin korrekt Ich will mich jetzt einfach nur hier hin Richtiger Trottel, Alter Soll ich pique mich jetzt einfach hier zu den Stairs War das nicht die Doha? Thronen Aim Ja Tatsächlich Throne, stimmt Komplett vergessen Hab das komplett vergessen, dass ich eine Throne hab Ja Ja, das bist du schon ganz kurz Servus Alter, das Es ist der Hersteller Komplett Aber dieses andere Komplett Ehrenlos Ey, ich hab dich eh gegrüßt, Servus Ach Aber ne, Digga Wann hört denn der mal auf zum Böller und was er fährt? Digga, wieviel Muni denn noch? Aber richtig nah ist so über dem Ventilator, ne? Was machen die die ganze Zeit, Alter, wo sind denn die? Sind die down? Ah Digga Also Come on, Alter Ich saub ich ihn, Alter Ich hasse solche Operator War das komplett verkackt, ich dachte, die hätten mindestens einmal gewonnen Na ja Die Profis am Start, Alter Blitz ist so schlecht Ja Ich bin selber schlecht, also von daher ist es ja nicht so Ich bin auch nicht grad der Beste, was Rainbow angeht Wo hin sind die neuesten Match Nein, ich spiel kein Blitz Tatsächlich nicht Ich kann mit einigen Operatern überhaupt nichts anfangen Tatsächlich nicht Tatsächlich spiel ich nicht mit Blitz Gut so Ich spiel meistens Echo Ich spiel meistens Echo Oder Wie heißt denn der andere? Der Kollege da Rook Aber Ja, jetzt rette ich mein PC ab Man kennt Ah jetzt Aber die meiste Zeit spiel ich Echo Ich find so ein richtiges Echo Opfer Ja, Valkyrie ist auch gut Ja, das weiß ich Meistens wenn mir jemand Echo vorher nimmt Dann nehm ich entweder Valkyrie oder ich nehm Smoke oder keine Ahnung Definitiv ein Kropfen Definitiv ein Kropfen Genau Wurde Gold 3 eingerankt und war noch Komplett Kacke hatte Jede Runde die Größen Schwitze in meinem Team habe ich mich komplett Gekarried Aber Bin ja schon Bronze 2 Wer Berliner sagt gehört geschlagen Ja, da müsstest du Da müsstest du zum größten Teil Deutschland Alle wegklatschen Es sind ja nicht alle die Berliner sagen aber Es gibt einige in Deutschland die Berliner sagen Aber ich kenne Ich kenne in Österreich keinen einzigen der Berliner tatsächlich sagt Die meisten Teil Typus Schropfen Ja, ich habe mit einem Kollegen Rank gespielt und wurde Silber 5 eingerankt Obwohl ich einfach mega scheiße bin was das angeht Ja, aber ich verstehe nicht wie kommt man auf DST Ich meine jetzt nur Bronze an diejenigen die Berliner sagen oder so Aber wie kommen die Leute auf Berliner Ich meine es gibt einige Sachen die Deutsche Nicht verstehen was Österreicher meinen Oder Österreicher die nicht verstehen was Deutsche meinen Ich sage immer Marmeladendöner Okay, das ist mir neu Marmeladendöner Was gibt es auch noch für eine Variante wäre zum Beispiel Ähm Pfannkuchen mit Marmeladen Entschuldigung Kommt man auf Krab Keine Ahnung, es ist halt so irgendeine Sache der Entwicklung Keine Ahnung Wir zum größten Teil sagen Nicht Fleischtasche Oh Okay, wie kommt Okay, wie kommt man auf Fleischtasche Das hat überhaupt nichts mit Fleisch zu tun Damit fangst du mal an Es hat nur mit Fleisch zu tun Nein, ich würde es verstehen Ich würde es verstehen Oh Digger, bin ich scheiße Ich wollte gerade die Cam kaputt machen Aber ich lasse es am allerbesten Ich bin gerade leicht überfordert Aber nur ganz leicht Ja, das muss ich denn die ganzen haben Aim Ja, Aim Den gibt es hier Also wenn ihr von mir erwartet, dass ich einen Aim habe Dann seid ihr hier falsch Ich habe keinen Aim Den werde ich auch nie haben Vielleicht mal, dass ich so aus Luck jemanden treffe Aber so von Anfang an einen Aim habe ich nicht Also ich verstehe nicht, warum ihr da eingeschaut habt Ihr kleinen Oh, Alter Äh, ah lol Window Ist das so klug, dass ich direkt Vom window peak Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ach, Scheiße Der Profi, Digga Der Profi Der Profi Ich habe auch einen Puls, aber ich habe gerade einen hohen Puls Gut, letzter Team-Mate Und er wird jetzt auch Instant verkacken Sagt auch Profis der Welt, Alter Der Profi, Digga Der Profi Ich weiß nicht, ob es jeder macht, aber wenn ich einen Karpfen esse, schläge ich immer erst den Puderzucker runter. Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Ich hasse es, wenn ich in den Karpfen reinbeiße und dann instant diese Marmelade so in anders rauskomme. Ich hasse es. Tatsächlich mache ich das wirklich nicht, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Äh, die Karpfen anders fange ich los hier. Äh, ich halte jetzt mal Echo Brown die Karpfen hin zu parken. Ich parke bei Red Stars welche hin. Ähm, wo kann ich noch den passen? Ähm, so Red Stars sind jetzt welche. Warum spielst du Controller? Ähm, ja. Da ist halt keine Tastatur, jetzt spiel ich Plasen auf. Ich spiel das ja alles auf der PS. Alter, also, 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 dem ich hätte ich die Drone nicht hinpacken können, oder? Ist das geiler Tor, ey. Geh, dann packe ich einfach hier mal hin. Das tut's leichter. Ja. Nur das Ding ist für Playstation-Spieler. Also, ich bin nicht erder davon, aber ein Haberer von mir schimpft Leute, die auf Playstation, äh, äh, mit Tastatur spielen. Ich glaube, ich sollte da nicht, äh, fliegen, ne? Äh, hätte, hätte, Fahrradkette. Mindestens 100 Jahre Garantie. Illegal, scheißegal, aber fatal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dazu kein Statement. Dazu sag ich nichts. Dazu sag ich eigentlich nichts. Nein, tatsächlich nicht. Dazu sag ich jetzt einfach mal nichts. Nein! Du Apfel! Nein! Du Apfel! Backhole-Way. Niemand. Tommy-Room. Genau. Ero. Ero. Also, offensichtlich ist er auf dem Boden zu liegen vor der Tor geht auch nicht oder... Ah, geht auch nicht. Was glaube ich denn jetzt für einen Stuss? Also offensichtlich vor der Tor zu liegen ist überhaupt nicht unübersichtlich. So auch, die stehen alle rechts. die werden safe alle rechts stehen und es kommt also das noch los da ist wie ich okay ok level 2 ja dann geht es mir zu wundern cool for the win ja ok was willst was willst du von einem level 2 rickuten erwarten was willst du ja und dann kommt ich daher gelaufen alter mit silber 5 eingerankt alter richtig erbärmlich silber 5 und kriegt nix auf die reihe der profi digger der profi näher also dazu sage ich jetzt auch nicht ich sehe was ich sehe schon matchpoint ich sehe schon matchpoint ich habe das gefühl ich werde noch einige male noch moment kriegen aber noch einige male ich sehe schon mal nicht manchmal habe ich das gefühl dass da an so französisch italienisch spricht alter ob ich das eigentlich auf englisch eingestellt hat ach ja das will ich jetzt nicht aber ich sehe schon mal hier hin ich sehe schon mal hier hin die auch keine ahnung nein das kann ich dir nicht aber so übertrieben in Ich habe leider keine Drone mehr, ne? Scheiße, Alter, jetzt habe ich auf den Chat geachtet, fuck. Jetzt habe ich mich zu sehr auf den Chat konzentriert, fuck. LOL, LOL, war da nicht mit dem Tablet, LOL, bin wieder da ausgesehen, ein Unranker eingekritten, kein Problem, alles ist gut, alles ist gut, haben wir gewonnen, uh, 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 oh, ich bin erster, noch schau. Aber richtig lucky, Alter, richtig lucky, gekillt, Alter, aber erwartet nicht so viel bei, bei Rainbow, ich finde, ja, mal so, mal so, gut, sage ich das mal. Ich gehe mal ganz kurz auf Insta. Ich habe keine wichtigen Nachrichten. Haltkrad, Black, alles für P9 gezogen. Hui. Neu. Ich habe tatsächlich leider keine Packs, aber vielleicht brauche ich die, oder ich kann auch noch mal schauen. Ich bin gerade so unnötig, da im Kreis, ne? Ich denke, die sind wieder oben. Okay, die sind doch unten. Hätte ich es einkommen. Ich bin noch weiter und alter, will nicht das Pfachsen. Äh, na, sag ich das, die individuelle Radion, Kategorien. Das hat auch Kategorien. Das hat auch Kategorien. Categorien. Das sag ich, dass ich da gleich direkt hab. Haltkradien. Haltkraden. Ah, nein, das ist ja unten nicht, Trottler. Äh, wo ist der Downstap? Wo ist der Downstap? Digga! Sicherheitshalber. Ah, nicht. Ja, wie die zu zweit! Ja, nicht. Rekariko! Komm her! Ich peek da noch mal, ich peek da noch eine Weile. Nice, danke. Das ist ne Falle, das scheiße ich. Ah, scheiße! Oh mein Gott, der dümmsten Fehler der... Ah, ich krieg mich jetzt einfach hier hin. Oh mein Gott, Alter, was ein dummer Fehler, Alter. GG. Okay. Als wir rocket launchen, ähm... Ähm... Äh, glaub auch... Madon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Operator überhaupt hab. Uh... Jetzt das Comeback? Jetzt das Comeback, oder wie? Kommt jetzt das Comeback, oder wie? Kommt jetzt das Comeback, oder wie? Kommt jetzt das Comeback, oder wie? Oh man! Tatsächlich hab ich den Operator sogar gar nicht. Ach so. Der Profi, Digga. Hey, sag doch, ich bin los, was das angeht. Ich glaube aber auch, dass wir den mit dem kaputten... Aber es bringt nichts, wenn der Pescher 2 hat, aber ich schon... Aber ich war nur noch ein Pavel quasi zu bestreuen. Wie viel seid ihr gerade? Boah, keine Ahnung. Äh... Ich glaub, warum bin ich jetzt wieder rausgekommen, Alter? Schade, aktuell 8. Aber bei mir steht aber noch unten, unterm Stream, 11 Leute, obwohl es... Ach, Digga. Ich sollte mal vielleicht den Stream aktualisieren. Alles ganz gut, leidig. Vielleicht kann ich wieder auf die Z eingehen. Ja, jetzt geht's wieder. Perfekt. 9 sind wir gerade? Ja, jetzt sind wir 9. Ja, jetzt sind wir 9. 13. 10. 1. 1. 20. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. Ja, ihr könnt es gerne mitspielen. Ja, das kann ich. Können wir auf jeden Fall machen. Also, das war so unlucky. Das war so eine unlucky Scheiße. Nein! Geht das überhaupt Playstation mit PC? Geht das überhaupt Playstation mit PC? Alter, ich schreibe den Namen einfach mal rein. So, ich habe jetzt den Namen mal reingeschrieben. Alter, ich habe das N vergessen. Ja, Alter. Ah, jetzt fehlt noch das N, war es kurz. Ich schreibe das nochmal neu rein. Also, das letzte ist jetzt der richtige Name. Ah, Digger. Ah, denke ich mir. Wäre mir neu, wenn das gehen würde. Haben wir es jetzt noch gewonnen oder haben wir es verloren? Jetzt habe ich nicht so aufgepasst. Nein, ich habe nicht so aufgepasst. Hä, habe ich jetzt gewonnen oder haben wir jetzt verloren? Ich habe nicht so aufgepasst. Aber das wäre mir jetzt auch neu, wenn das über PC gehen würde. Alle PS4. Ja, ich bin noch PS4, ja. Immer diese PS4-Zocker. Schlimme Krankheit. Nur das Ding ist, mein PC ist halt so veraltet, da kannst keine Games gescheit drauf. Da kannst, da kannst keine Games drauf zocken auf dem PC. Weil der PC schon etwas veraltet ist. Und das Ding ist, mein PC ist halt, ne? Und das Ding ist, ja, der PC ist ja nicht mein, das ist ja der von meinem Dad. Auf Playstation meinst du, oder? Dich erden. Sonst hätte ich hier schon längst auf dem PC auch gestreamt. Aber nur halt, mein Problem ist halt, ich müsste das dann erst noch alles mit OBS und so alles und so noch einrichten. Einrichten. Ja, kann ich machen. Warte, ganz kurz. Dann hätte ich dich mal. Ja, das ist die Scheiße. Ja, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ist einfach YouTube gucken und fertig. Ja, ich habe eh schon so ziemlich viel eingestellt bei OBS. Also, ich habe eh schon relativ viel nachgeguckt. Jetzt kann ich das erst mal suchen. Ich habe eh schon einige Tutorials, generell auch so Streaming-Tipps geholt von etlichen Leuten auf YouTube, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu haben auf Twitch. Und dann müssen wir mal noch schauen. Das Ding ist, ich bin in einer Playstation-Party, das heißt, ich höre dich nicht reden. Aber warte, ich kann es noch mal, warte. Warte kurz, dann lade ich dich kurz Party an. Habe ich jetzt Party hinzugefügt. Servus. Servus. Achso. Gut. Sag, du hörst mich nicht. Doch, ich höre dich. Sag, wie alt warst du noch mal? Wie alt ich bin? Wie alt ich bin? Fünfzehn. Hm. Okay. Ich weiß, ich ging wahrscheinlich nicht danach. Eindeutig nicht, nee. Eindeutig nicht, nee. los muss ich hinbe . Ok jetzt. Jetzt gibt es ein abbast vorgestellt wurde. Der Dronenemik hat den Kontenitore di Biorischio Macht er jetzt jemand zu oder bleibt er jetzt einfach auf dem Chastropper stehen? Man kann nur 10 Sekunden 5 Sekunden Ah, ich mach da den Kopf zu Dronenemik hat Individuator gespielt Wo ist diese Sohne hin? So da oben So eine Sohne gesucht die ganze Zeit jetzt Dronengeiern A window Unten in room Ja alles klar Unten window in room Ich habe die Begründung Ich habe die Begründung Ich habe die Begründung Ich habe die Begründung Es ist nur eine Begründung Sohne Er ist oben Was steht da oben rechts drinnen? Er ist dahinter Zwei sind da oben Nein Schade Oh Aber das ist locker, ja? Ja, können wir noch machen Ja, wer willst du mit mir ran spielen? Du bist über 5, gell? Ja Und ich bin Platinum 2 Punktemäßig würde das nicht gehen Würde nicht Neee Na dann Da merkt man wie lustig bin Hat nichts mit Lust zu tun Aber Punktemäßig Wir können dann auch ohne Rang zocken Anstatt wie sie locker Ja Guten Morgen Gamer Zicke Ich kann schon wieder lust herum, Alter Und warum bist du so früh online? Ich kann schon wieder lust herum, Alter Und warum bist du so früh online? Hä? Warum du so früh online bist Langeweile Ja, keine Ahnung, ich wollte eigentlich bis 7 pennen Meine Mutter hat mich um 5 Stunden aufgeregt und hat gesagt, ich soll mit dem Hund gehen Und mein Problem ist Wenn ich erstmal munter bin, kann ich danach nicht pennen Man kann nur 5 Sekunden Ja, das ist normal Ja Ja Das Ding ist mir schwer Und meine Mutter sind halt solche Menschen, sie können einfach jederzeit wieder einpennen Ja Du aber nicht Nein Und du kommst zu selbstgereicht? Ja Man hört Komm mal auf die Hände oder was? Ja, ja Du arme Ja Es ist halt leider so wie es ist Yo Als ob der Wichser schon in Room ist What the fuck? Der hat grad null drauf geachtet Fuck Das Ding ist, die sind alle schon oben, gell? Alles viel Ja, bei mir ist alles in Ordnung Wie geht's dir? Also muss ich mir einfach sagen, ob du danach mit dem Film redest oder mit mir, weil ich weiß es nicht mehr Hm Okay 5 Minuten erst wach geworden Ah ja Und um 3 Uhr schlafen gegangen Aber, was mein Schlafrhythmus angeht Ja, ich glaube da brauche ich gar nichts drüber reden Und um 3 Uhr schlafen gegangen Mein Schlafrhythmus Aktuell Irgendwie Ich geh irgendwann schlafen und steh irgendwann wieder auf Was war das für ein Rang letztes Season? Letztes Season war ich sogar unranked Okay, dann müssen die so ein richtiger Zucker oder wie? Na ja Mal so, mal so, ne? Schlafen wird überweiten Kann ich's genug, wenn ich ins Graus passe? Das stimmt tatsächlich sehr Aber wer weiß, was dann auch passiert, ne? Wenn man dann auch ins Graus gefissen hat Nö Es ist gar nicht wachsen Aber das merkt mir es höchstensbanen wenn es nun so weiter ist Wenn nichts rausgebissen haben Fassern Das merkt man dann alles, wenn das so weit ist. Warte, auf die Hände sind nicht ganz schön zu viel weg. kein raum recht von dir jäger und einer geradeaus im raum wenn ich nicht auf sein kopf gewesen alter der sonne rotze Also die spielen jetzt die Kupfer spielen Ah Silver 4 Sponsor 5 Silver 4 Kupacra Der eine ist unranked Oh, bitte lass uns so direkt spielen Das kann jetzt was werden, ne? Doch, doch, das wird ganz geil Wahrscheinlich werden wir beide jetzt so richtig dreckig weggeholt Ich und du? Ja Na, na, na Na, na, na Okay, der ist schon unten Nee, oder? Nee, der ist unten Ach so, das Bereich sichern Ja Ich sag grad, hä, die Bombe ist ja gar nicht in der Garage Bitte Ja Zähne 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 Aja Zähne 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 Die Karte mit der Arme! Ah, Digger, so ne miese Bombe, Alter Ja, Valkyrie hier unten Ah, Digger Kapkan Was, Kapkan? Oh So, Surrendum Müssten alle unten sahnen Aber ich... So, ja, hab ich... Movo Caricatori Ultimo Uomo per la Squadra Leata Da hast du dich auch kein Leben, ja Ja, ich will Und das Ding ist nun der einzige noch gegen zwei andere Operator Ich geh in drei andere Ich geh in drei andere Ich geh in drei Ja, ich geh in drei andere Wie gewartet hat er für dich leider Kupfer-Spiel halt Ja Ich bin immer so safe Also die Millionen gewinnen, wenn sie gewinnen Ja Ja Und ein silber zwei Und ein silber zwei Und ein silber zwei Und ein silber zwei Was kann ich dann im nächsten Match machen mit Maverick? wenn ich dann auch nicht erlaubt hast du uns mal verkauft oder der einzige konto das ist mein einziger konto wo ich den fisch ich bin sogar in der camp drin ist noch da hinten so ein ding da ist einer down und so viel doch einer ist recht im rum nein dann holt der wichser mich noch der ja auf dem da an der wichser Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Aber ich werd ganz kurz verschaut, dass ich vielleicht noch was zum Essen kurz holen. Ich bin gleich wieder da. So. Also, ich muss ehrlich sagen. Lief, not bad, würde ich jetzt mal so sagen. Aber trotzdem richtig reingeschissen. Aber egal. Hätt sehr schlimmer sein können. Ah. Jetzt mal auf die Schnelle war's hier. Also skripier ich hier noch. Oh. Moin. So. Aber wir können gerne eine Fragerunde starten. Und einfach jetzt mal so nebenbei so Fragen beantworten. Also zumindest was ich sie mal beantworte. Können theoretisch machen. Wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann suche ich mal die ganzen Fragen was. Nee, dann hätte das auch kein Problem. Also einmal wurde der Maverick gewünscht. Habe ich den überhaupt tatsächlich nicht. Na dann. Kann ich genug. Ah nein. So. 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 Dann schauen wir mal. So. 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 Ich muss kurz meine Mama fragen, das war ganz gut. Ich muss kurz meine Mama fragen, das war ganz gut. Ich habe komplett auf das Match vergessen. So, aber jetzt schnell. Jetzt machen wir schnell das Match hier. Vielleicht kommt dann später noch ein Kollege oder so an, dann zeig ich mit dem halt noch ein bisschen. Ich muss kurz meine Mama fragen, das war ganz gut. Geht's, geht's. Geht's, Geht's. Ja dann, machen wir gleich weiter hier, ja nicht IQ, nein. Ja dann, machen wir gleich weiter hier. Ja dann, machen wir gleich weiter hier, ja dann, machen wir gleich weiter hier. Ja dann, machen wir gleich weiter hier, ja dann, machen wir gleich weiter hier. 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 Na ja, was spät ist es denn überhaupt, 8.42 Uhr, ja, und 108 Nachrichten, Digger, so viele Nachrichten hatte ich, zumindest auf Twitch nicht, alles schon krass, ja es ist echt krass, das Ding ist, ich habe jetzt was gegessen und kriege aber später nur noch was zum Essen, ich trottel, der Profi am Start, Alter, Ja, alles klar, ich bin ein Profi, Wunderbar, warum geht's noch einmal los? Ich muss ganz kurz über den Stream aktuell, weil man, Digger, kein Wunder, warum ich die ganze Nachricht kriege, ohne dass ich die ganze Nachricht zum Leben kann, los, Ich habe 10 Sekunden, ich habe schon jemanden gekürt, ich habe schon jemanden gekürt, ich habe schon jemanden gekürt Ich bin jetzt ein Scheiß von dem Balken, ach, leck mich doch, Arm, ach, ja, du kommst doch nicht durch, Alter, aber man kann wenigstens peaken fight ja auto sevakt Korre alles und Deganné. Geht mal. Ich will jetzt selbst noch jemand oben sehen. Uuuuhhh, Dagger! So, ich staub zum. Geh, geh. Geh, 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 geh. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Runde war gut. Warum habe ich jetzt einen Snap gehalten, Alter? 41 Minuten. Na dann. So. 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 Jetzt habe ich kein Thema, über was ich reden kann. Ich spare tatsächlich auf keinen. Keine Ahnung. So. 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 mit dem ich habe da und so hat gemeint ich war wenn ich jetzt beispielsweise jetzt wenn wir jetzt bei verteidigen sind so ich mit echo nicht so ich nicht herumlaufen sondern nicht mehr verkämpfen aber ich meine ich bin ja auch nicht dauernd die ganze und dann kommt im endeffekt ja das ding ist bei mir ist es halt so ich kann nicht lange auf einem fleck stehen bleiben muss herumlaufen ich muss ihnen das machen die ganze zeit herumstehen und auf eine ecke zu fließen finde ich die zeit langweilig ich spiele gerade auf playstation und spiele sogar auf playstation alles klar der profi wenn du nur wüsstest wie oft dass leute zu mir gesagt haben ich soll nicht die ganze top 1 fleck stehen bleiben bei mir ist das so eine normale reaktion ich bleibe einfach stehen das ist das problem bei mir das ist immer so eine normale reaktion sobald da ein gegner ist ich bleibe da meistens stehen halt so dass ich gerade noch an der karte vorbeiziehen kann und dann bin ich beginne ich erst meistens dann zu schießen beziehungsweise ich warte halt ab und dann verkacke ich dann zum größten tag das ist so mein wild mehr oder weniger der stand vor dir stand die ganze beziehungsweise oben halt das kann ich genau alles klar der stream legt schon wieder ich glaube ich mache einfach ein stream auf mein handy auf kann es sein ja aber ich mache einen kurzen stream auf mein handy auf aber jetzt bringt nichts die ganze zeit wenn ich wenn ich da hängen und dann die ganze zeit mit der chat dann nicht aktualisiert wird weil der pc wenn unsere scheiße ist alles ganz kurz ein danke so jetzt kann ich die nachricht nicht lesen perfekt alter perfekt das kostet mich gerade mit ein wenig an hallo reagierst du mal ja mein hände reagieren geht gerade gar nicht na ja das ist leider so eine nervige scheiße als wird mit den nachricht angezeigt scheiße aber jetzt ich hasse das die ganze zeit so sind jetzt die knecht jetzt unten oder sind wir jetzt oben okay ich schätze einmal Ich hab grad überhaupt keinen Recall gehabt Ja, du Miese... Ja, Digga, was stürmst du raus, du kleine Huren? Ja, Digga... Ok, da dachte ich wär tot, lol Ja, ich bin tot, scheiße Ja, scheiße Ja, richtig scheiße gelaufen gerade Ich hab da gerade angegangen... Ah, wo bin ich denn hin, Alter? Schauen wir den Leuten zusätzlich anrechnen Ein Operatoren-Alleator ist zurück Der Attackant wurde eliminiert Loll, einfach nur Loll, ach du Scheiße, warum bin ich so ein Scheißspiel, oder? Ein Erdöffelgulasch, ich hab voll Bock auf den Gulasch gerade, aber irgendwie hab ich auch Bock auf den Toast, auf Pizza, ich hab grad so hoch, ich hab grad so hoch, ich hab so Hunger, oder? Ich könnte grad etliche Sachen in meinem Mund stoppen und es essen, essen. Ja, ich hab sie gepinnt. Richtig, aber. Was? Oh, was ich hab? Was ist das? Bambi? Kann ich einen Moment? Ja, ich hab nicht die Bambi. Manca noch 10 Sekunden. Muro in silenzial. 5 Sekunden. Telekamera posizionata. Niemico ha trovato una bomba, prepararsche all'ingagio. Wieso kann ich nicht durch die Wiener schießen?! Warum kann ich nicht durch die Wiener schießen, Alter? ganz kurz ja hinten hat der heim richtig ich bin ich jetzt schon mal so umkontakt hat sich die kleine aber nicht habe ich ihn nicht ja verloren an der stelle liebe leute das war es aber komplett das war es an der stelle komplett das war es echt komplett terino das war es aber anders krank das war es aber komplett berliner kropfen das heißt kropfen und nicht berliner auf keinen fall sicher ist es kropfen berliner ja pfarmkuchen mit marmeladen füllung dann hat erdäpfeln naja erdäpfel gulosch joh viel spaß noch muss hier in konferenzen gammeln danke ich wünsche dir auch viel spaß beim gammeln alles ganz krass ich bring kurz das erst mal raus ja 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 wir machen jetzt noch eine runde frage ja ja das ding ist über playstation kannst du halt kein spiel wechseln Plus es gibt doch keine Just-Chatting-Szene, deswegen habe ich ganz einfach eine Frage gefunden. Zuschauer? Nein. Sprachausgabe? Nein. Nachrichten an Zuschauer? Fragen? Beantworten? Let's go! Jetzt darf jeder mal eine Frage reinschreiben, wenn er will, ist natürlich alles freiwillig. Und ich werde jetzt einfach hier hängen und werde keine Ahnung was machen. Dann schauen wir mal was sich ergibt, vielleicht will ich jetzt nebenbei so Gitarre oder so. Mal schauen. Wie gesagt, alle Fragen und so, also alles was hier jetzt ist, ist alles freiwillig, ne? Ich zwinge euch nicht dazu. Aber ihr könnt jetzt gerne Fragen reinstellen und ich beantworte sie. Äh, kenne ich Leogain? Nein, kenne ich nicht. bitte... Aus einer Ali-LTePod ... aus einer österreich ist weder ein dorf noch eine stadt österreich ist ein start start naja sagen wir mal so österreich ist ein land und da gibt es halt bundesländer und jeweils in den bundesländen gibt es dann dörfer städte ortschaften und ich wohne weder in einem dorf kann man sagen dorf in einer ortschaft wohnen ich sage mal so aber dort kann man das glaube ich nicht nennen ich glaube ein dorf wäre sogar glaube ich ein bisschen kleiner war da dreimal naja ist mein leo gang ist ein dorf oder so in österreich ein dorf in österreich leo gang also das wäre mir jetzt neu dass es das gibt ich kann gerne für dich kurz schnell auf die schnelle nachgoogeln aber sagen tut es mir jetzt nichts leo gang in österreich ein dorf na dann oder ganz kurz ich kann aber das wäre mir echt neu angole man guckle jah das guckle k ja 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 man man leo gang ja 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 Tatsächlich? Tatsächlich? Okay, das wusste ich nicht Ich bin in Niederösterreich und wir sehen uns in der Nähe von Wien Ich kann sagen, dass ich in Niederösterreich wohne Ich bin in Niederösterreich In Niederösterreich Also ich wohne mehr rechts von Österreich und nicht links, weil das was du meinst, ist so Vorarlberg, Tirol, Salzburg, der Nähe, Kärnten, so links von Österreich quasi. Tatsächlich, ich war, sagen wir mal so, von Österreich noch nicht überall von Österreich. Ich glaube, das einzige, wo ich war, Oberösterreich, Steiermark, Wien und halt Niederösterreich und Burgenland, das waren so die einzigen, so Kärnten, Vorarlberg und so war ich noch nicht. Ehe nur 12 Stunden, 12 Stunden Autofahrt, das wäre, das Ding jetzt, ich schaffe es nicht so gescheit eine Stunde im Auto zu sitzen. Also 12 Stunden Fahrt ist schon heavy. Nein, man kann ja mit dem Flugzeug, das Ding fliegen, irgendwo dort nach dem Flughafen und dann dort und dann mit dem Auto weiter. Dürfte rein theoretisch gehen. Halt, je nachdem von wo du halt fährst, ne. Aber ja. Habt die Hälfte gepennt. Ja. Es bleibt eh nix anders, es bleibt eh nix anders über, als wenn du, äh, als wenn du, äh, als wenn du, äh, dass du pennst, als wenn du zwölf Stunden wachst. Ich zum Beispiel könnte im Auto nie schlafen. Ich weiß nicht warum, ich schlafe jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr im Auto. Ich glaub das letzte Mal, als ich wirklich geschlafen hab im Auto, da sind, da war ich, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt. I mean. Das wär aber, das wär aber, das wär aber für mich ein Horror, zwölf Stunden Autofahrt. Ich glaub da würde sich jeder an die Gurgel gehen. Also da würde halt jeder, äh, Stress haben. Nein, das wär Stress pur. Das kannst du nicht ausschließen. Ich glaub du sagst, dass du seit ein paar Jahren nicht schläfst. Ahaha. Äh, ich glaub dann wär ich nicht, dann wär ich nicht so gut beieinander, dann hält sich glaub ich gar keine Energie. Was das angeht, seit ein paar Jahren, schau. Ich glaube, es gibt kein Mensch, der länger geschafft hat, mindestens eine Woche wach zu bleiben. Es gibt, ja sicher ist man dann tot, da bist du aber anders krank tot. Es gibt einen Menschen angeblich, ich weiß nicht, wo ich das, ich glaube, ich habe das auf YouTube gesehen, der hat seit, keine Ahnung, seit Jahrzehnten nicht geschlafen und ist lieber arbeiten gegangen. Aber ich denke nicht, dass das wahr ist. Ich denke, dass das ein Fake ist. Weil es gab nämlich ein Selbstexperiment von einem Typen, der ist, glaube ich, ich glaube, der ist 14 Tage wach gewesen. Ich glaube, irgendwie sowas oder so oder eine Woche, ich weiß nicht. Der ist irgendwie sowas wach geblieben. Ich glaube, zwischen einer Woche und zwei Wochen ist er wach gewesen. Und bei einem war das so richtig riskant, was das, äh, was das, äh, na? War so richtig riskant, was das angeht, weil das, das Ding ist, es geht auch richtig erstens aufs Immunsystem. Und zweitens, es muss schon mega abfacken. Safe Leute, die in einer Mine versklavt waren. Ja, die wurden halt, aber die wurden halt nur bis zu einer gewissen Zeit, hey Gamerzige, es, es wurde, halt nur für eine gewisse Zeit, weil irgendwann sind die auch vor Erschöpfung umgekippt. Nur das Ding ist, wenn die halt umgekippt waren, sind und sich auch danach geweigert haben, dann noch weiterzuarbeiten, dann wurden die halt ermordet. Dann wurden die halt einfach eiskalt erschossen. Dann wurden die halt einfach eiskalt erschossen. Da hat es nicht so Pausen gegeben oder so, da wurde es einfach erschossen. Twitter noch. Es ist im Prinzip wurscht, was du tust, es endet immer mit dem Tod. Es endet immer mit dem Tod. Aber ich will jetzt so, waren wir noch so, bis, also jetzt noch 9 Minuten so reden und dann mache ich weiter. Dann zocken wir weiter. Ja. Ah. Danke. So. Nachdem ich vollständig, nachdem ihr vollständig geimpft seid, kann ich euch nur ans Herz legen, vielleicht auch noch andere Ärzte zu besuchen und euch allgemein durchchecken zu lassen. Schadet nicht. Jo. So. Oh, du hast zwei Bomben im Handgepäck. Wow. Ja, ich meine, was nützen die zwei Bomben im Handgepäck, wenn dann irgendwann irgendjemand vielleicht mal kommt, dich dann trotzdem ermordet. Dann bringen dir die Bomben ja in dem Sinne ja auch nichts. rein theoretisch. Da bringt dir das ja auch nichts. Da bringt dir das auch nichts. Dann bringt dir, dann bringen die Bomben auch nichts. Nein, das endet eh immer so oder so mit dem Tod. Es wurscht, was man macht. Dann alle tot. Ja. Schau dir noch kurz. Ich selber spiele. Ist in Ordnung. Ich muss mein Ding so wieder aktualisieren, Alter. Das gibt's nicht. Dauernd hängt in der Scheiß. Also, im Glück habe ich da bei der PlayStation noch den Chat oder so, wo ich da noch Sicherheit habe, noch schauen kann. Aber jetzt mal nebenbei wieder essen. Man kennt's. Ich bin, literally, wenn ich mit anderen Leuten zocke, bin ich, und ich halt mit denen in dieser PlayStation Party hänge, ich bin die meiste Zeit immer am Essen. Ich meine, wenn ich jetzt zu zweit mit einem anderen bin, dann esse ich weniger, als wenn ich mit einer Gruppe von anderen Leuten drinnen bin, dann esse ich wirklich die ganze Zeit. Weil ich meine, ich denke mir da meistens so, ja, was soll ich denn da tun, ne? Die anderen reden, du hast selber nix so zum reden oder so. Weißt? Du hast so nix zum reden, denkst du so, ja, du bist eh ruhig. Aber am schlimmsten ist es meistens, wenn ich die Leute dann teilweise nicht kenne. Ja, wenn ich eh so oder so meistens ruhig, dann lasse ich die halt reden, und dann bin ich eh die. Meistens dann, seit am Essen und spiele einfach so mit. Also von daher relativ wurscht. Aber ich bin die meiste Zeit immer am Essen. Ich glaube, würde ich es irgendwann mal mit Facecam machen, aber würde mich hauptsächlich nur, nur mit, nur mit Essen da sind. Aber natürlich müsste ich dann meinen ganzen Schreibtisch dann aufbauen, ne? Weil ich dann die Facecam habe. Ich spiele immer Solo, ja. Ich spiele auch immer Solo. Aber halt, wie gesagt, es sind auch manchmal so oft Momente, wo ich halt so mit einem Kollegen in der Party chill, und dann kommen halt 30.000 Leute gefüllt ran. Ja, in Rainbow Sixx ist. Dann kommen halt immer so gefüllt 1.000 Leute in diese Playstation Party. Okay, 1.000 Leute gehen halt nicht in einer Playstation Party. Aber dann kommen halt immer so viele Leute in die Playstation Party, wo ich mir da denke, so, ja, dann bin ich eh überflüssig in dem Sinn. Dann bin ich halt meistens ruhig, und dann sagt ihr meistens mein Kollege, so, ja, spiele dabei Rainbow Solo. Spiele halt casual weiter und dann, ja. Bin weg, muss noch für Schule was machen. Okay, passt. Dann vielleicht bis später. Ähm, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Halt, dann sagt er meistens, ich soll dann alleine casual weiterspielen und halt schauen, dass ich irgendwie besser werde. Das ist halt so das. Aber das finde ich dann, das finde ich dann meistens richtig nervig, wenn, wenn dann 1.000 Leute dann reinkommen, wenn du dir denkst, so, ja, eigentlich wollte ich gerade mit dir so zu zweit chillen und einfach so reden und so. Ich spiele meistens allein, weil ich, weil so viele Leute in der Party, die mögen nicht. Das Ding ist, wenn halt fremde Leute, also halt Freunde von meinen Kollegen da sind, dann bin ich auch meistens ruhig, weil ich erstens, ich kenne die nicht, und zweitens muss man auch teilweise aufpassen, was man dann für Sprüche raus hat, nicht, dass es irgendeiner ernst nimmt. Also in den meisten Fällen eben nicht. Du, er geht voll fit, Mann. Man kann sich viel besser unterhalten. Ja. Ja. Nur das Ding ist, man Hava und ich tocken halt und irgendwann, wenn es so, nein, wenn ihr die Lust an Flöten geht, dann sitzen wir meistens noch da, spielen, machen halt irgendwas und die talken nebenbei und reden halt über private Dinge oder so, die dann halt passiert sind oder was man halt macht oder so. Dann beginnt man halt einfach zum Reden. Aber zu zweit sich zu unterhalten ist wirklich das Beste, weil es redet dir kein Dritter rein oder so. Ja. Aber ich verstehe dich. Ich hatte es auch alleine zu spielen, aber manchmal bleibt man halt einfach keine andere Wahl über. Meistens wenn es mich dann richtig anpisst oder so, wo ich mir denke so, Alter, was soll denn das Scheiß jetzt? Dann gehe ich meistens auf und dann fragt er mich dann später so, ja, warum bist du aufgegangen? Und ich sage dann meistens so, ja, ich hatte keinen Bock mehr zu zocken. Aber ich hatte auch mal oft Momente, wo er gemeint hat, er möchte mit mir telefonieren. Und ich so, ja, ist in Ordnung. Und dann schreibt er noch so halt, ja, hau, was mit mir. Ich spiele ja trotzdem in dem Sinne alleine. Wenn du das jetzt meinst. Ich spiele ja auch gerade mehr oder weniger alleine. Ich entertaine quasi nur. Aber ich will das jetzt fertig lassen und dann zog ich weiter. Aber an mir, manchmal ist halt so, dass, ob ich mit einem Kollegen telefonieren will, dann frage ich ihm halt so, ob er Zeit hat zum telefonieren, halt einfach nur so. Ja, ich spiele ja jetzt Exo-O-P-S-4. Ja, wenn du willst, können wir ja zusammen spielen. Ich habe ja vorher auch mit dem einen Tag gespielt gehabt. Aber drauf habe ich gewartet. Warum hast du nicht gefragt? Warum hast du nicht einfach gefragt, ob du vielleicht mit spielen könntest? Weil der eine ganz vorhat auch mich vorher gefragt habe, ob ich ihn auf der Playzeit schon enden kann. Warum hast du mich nicht gefragt? Weil ich das nicht wusste. Weil ich das eigentlich, weil ich das nicht wusste, deswegen habe ich nicht gefragt. also dem, das Ding ist, man muss als Dingstar erst oder so aufpassen, was man teilweise sagt, hättest fragen können. Ja, aber nur das Ding ist, manche Leute finden es mega nervig, wenn die ganze Zeit gefragt ist, ja, hast du Bock, willst du spielen, hast du Bock, willst du spielen, hast du Bock, willst du spielen. Deswegen lasse ich das. Und weil ich das von vielen anderen Streamern auch kenne, die halt jetzt bekannter sind als ich, weil da sagen sie auch immer, am besten ist, man sagt einfach nichts und wartet einfach, bis jemand danach fragt. Und du erst oder so Bock hast, vielleicht mal mit dem Zuschauer oder so zu spielen. Deswegen. Deswegen habe ich nicht gefragt. Und mir fällt gerade so nebenbei ein, dass ich gerade richtig schnell rede. Aber ich weiß nicht warum. Ich hoffe, man hat mich gerade irgendwie auf eine Art und Weise verstanden. Perfekt verstehe alles. Na, dann passt das eh. Weil manchmal sagen Freunde meintens so, jo, was hast du gerade gesagt, kannst du es doch mal langsamer erzählen. Weil dann rede ich manchmal viel zu schnell. So, dieses Energieaufwendigere. Ich spiel, ich spiel eh noch. Keine Sorge. Ich spiel eh noch. Ich spiel dann eh noch. Aber ich esse jetzt, ich esse erst noch mal fertig. nur kein Stress, nur kein Stress, nur kein Stress. Boah, ich habe tatsächlich schon nämlich so einen guten Hunger. Danke. Das Ding ist, ich habe mich jetzt so überfressen gerade. Mir ist einfach nur noch schlecht. und warm. It's fuck. Heute 9 Uhr eigentlich live gehen. Was nicht ist, kann noch werden, ne? Aber ich mache erst mal mit dem Fenster auf. Aber ich kenne das, wenn manchmal die Lorne einfach so extrem kickt und du eigentlich gerade überhaupt keinen Bock drauf hast. Ich muss ganz ehrlich sein, das Chatting macht gerade mehr Spaß, als gerade zu zocken. Aber jetzt mal no joke. Ich stehe auf, sonst stehe auf, sonst liege ich. noch bis 11 Uhr. Fühle ich aber, fühle ich. Naja, meistens liege ich nicht noch bis 11 Uhr, sondern pendeln normalerweise noch. Wenn, wenn man Schlafrhythmus ganz schön ist, ne? Dann schlafe ich schon gut. Sagen wir mal so, dann schlafe ich schon mal gut. schlafe ich schon mal etwas länger als wie sonst. Wenn, dann schlafe ich so mindestens zwischen 9 und 13 Stunden. Je nachdem, ob ich gleich aufstehen will oder nicht. Weil ich schlafe im Regelfahren neun Stunden, dann wache ich erst mal auf, dann schaue ich halt, wie spät es ist. wenn es mich nicht so da zart mit dem Aufstehen, dann schlafe ich meistens. Dann lege ich mich noch mal jetzt auf Zeiten. Und dann schlafe ich noch mal für zwei Stunden oder so. Und dann halt immer so in, immer so schlafe ich noch mal quasi dieses Aufstehen. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte never, never gedacht, dass in der Früh streamen viel gechillter ist, als wie am Abend. Das Ding ist, ich habe so angefangen zu streamen, nachdem ich eineinhalb Stunden wach war. Ich glaube, eine Stunde, eineinhalb Stunden, nachdem ich wach war. Aber gut, jetzt werde ich mal ganz kurz das weg machen und dann werden wir mal weiter zocken. Aber ich bin gerade am überlegen, ob ich nebenbei noch einen ganz anderen, einen ganz anderen Titel reinschreiben soll, außer halt Berlin, Berliner oder Krapfen. Ja, dann schauen wir mal. Dann halt wirklich noch mal überlegen für einen anderen Titel. Oder ich nehme einfach mal den Titel, den ich schon mal hatte, einfach guten, guten, guten Morgen mit Rainbow. Warte mal. Ich nehme einfach mal einen lustigen Spruch, ich gucke jetzt noch einen lustigen Spruch und dann packe ich das als Titel rein. Ein lustiger Spruch. Dann packe ich den jetzt einfach hinten. So aufgeschauen und eine Smoken. wie? Ui. Erstmal schön durchziehen. So. So, aber jetzt muss ich leider spielen. Keine Zeit jetzt fernführen. Äh, denkst du. Für, 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 für. Das, was an der Stelle kommt jetzt. Nö. War das nämlich jetzt als Titel. Aber mich jetzt als Titel. so, a, Nein. Hab ich. Der ja jetzt lag das wieder so extrem. Oh, der. Äh, äh, äh. So, das parkiert jetzt einfach alles. Dienste rein. Alles weg. So, so aufgeschnappt, dann schmerz ruhig alles weg. Alles klar. So, jetzt habe ich jetzt habe ich einen neuen Titel. Aber ja. So. Na dann, dann legen wir mal los. Dann legen wir mal los. Dann können wir dann ohne Raum stellen, weil das okay. Ja, können wir doch machen. Ja, können wir doch machen. noch, noch. noch. Ja, ja. Ich habe noch nie einen AIM, also mach dir keine Sorgen, ich bin genauso schade. Ich bin genauso schade in dem Game, aber man merkt es jetzt schon an meiner Spielweise, wie schade ich bin. Ich gehe jetzt nicht wieder um, ich bin jetzt schon unten, Alter. Ich bin genauso schade, ich bin genauso schade, ich bin genauso schade. Ich bin genauso schade, ich bin genauso schade, ich bin genauso schade. True, fucking true. Aber es kann mal passieren, dass ich mal vielleicht das ein oder andere Mal am rumradchen bin. Je nachdem, wie gerade meine Laune dann wird und wie dämlich ich sterbe. Je nachdem. Je nachdem. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Birk 분들은, die Bombe rollen. Oh no. 10 Sekunden Mancano 5 Sekunden Bomba localizzata 5 Sekunden 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 Alter Nice, der Stream hat sich wieder aufgekankt Das ist dauernd Ach, Däger Dieser Name vom Stream Ich hab nach einem Nach einem Ja, ich streame tatsächlich immer noch Und das seit 3 Stunden Im Stream Das Ding ist Der Streamtitel, den hab ich einfach gegoogelt Ich hab einfach geschrieben So, yo Bin seit 7, oder war Not bad Ja, jetzt ist los, fast 3 Stunden, ne Soll ich nicht, was wollte ich jetzt eigentlich sagen Jetzt hab ich vergessen Also Streamtitel, ich hab einfach eingegeben In Dingsda Ähm, lustige Sprüche Und dann hab ich den einfach als Titel genommen Einfach mal den Spruch auf dem Internet gestohlen Woll ich mitspielen Ey, du kannst dann nachher eh noch mitspielen Noch, äh Gamer Ja, das ist leider das Problem Ich will aber oft, ey Ja Ja Das ist halt so Allerbeste Wärme Ich jetzt mal Ah, Däger Kontroller legt schon wieder 10 Sekunden inserimento Das Ding ist Das Ding ist Wenn endlich mal Kol- Es mal hin- Äh Was wollte ich jetzt sagen, Alter Ich hab's wieder vergessen Ich bin wieder da Moin Äh Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte Däger Das, was an der Stelle kommt jetzt Äh Ich hab's ja vergessen, was ich sagen wollte Ich hab' jetzt mal noch mal, ne? Achso, ja Äh, wenn sie wenigstens so einstellen könnten Irgendwie Dass PlayStation und PC zusammenzocken können, ne? Das wär dieses andere Niceness Wann hab ich ihn 3 Kill's gemacht, Mandalorian? Carrier hat mich gerade auch gekehlt. LUL! Ich wüsste gar nicht wann ich... Wann hab ich denn Leute gekehlt jetzt mal? No Joke! Ich hatte dann keinen Bock mehr und bin geliebt. Lass... Langes Wochenende, let's go! Also mein Wochenende geht jetzt schon seit ein paar Monaten. Ja, weil ich ein arbeitsloser Stück Scheiße bin. Ich hab bis jetzt noch keinen Lehrschild gefunden zum Arbeiten. Den Corona-Moner. Oh, Schleicher. Ja... Ja... Hallo? Ach, dachte ich doch schon. Wir gehen einfach das Game einfach zum Lägen. Ja... Ich arbeitsloser Stück Scheiße. Ich weiß. Ich weiß. Zieh nach Israel und wer zu Gott. Da bin ich der Erste, der stirbt. Da bin ich der Erste, der stirbt. Ich glaub, in Israel Soldat... Soldat zu werden, ist nicht grad so die feine englische Art, ne? Ist nicht so diese... Ist nicht so niceness. Nicht genauso wie in Rainbow. Ja, aber das... Nur der Unterschied zwischen... Und so... In Rainbow kannst du halt öff... Hast du öff... Hast du mehr Matches. In real life nicht. In real life, wenn du tot bist, bist du tot. Und das hat... Das hat sich dann für dich erledigt. Vielen Dank. Hab die Silber nicht zusammenhoben. Hab es zu sehen. Der nächsten Ate in Israel, come on. Ja, aber unbedingt Leute töten möchte ich jetzt auch nicht wirklich, ne? Hallo, Nico. Ui, so. Komm her. Ui, so. Stop. Gekillt zu werden. Ah, ich glaub nicht, dass man Spaß hat beim Sterben, ne? Die nächste Reihe sind doch eh nur Bomben-Cake und nichts anderes. Eh nur! Ah, bestimmt lustig. Ja, definitiv lustig. Das sind eh nur ein paar Bomben. Aber das Ding ist, dann würdest du dich aber nicht grad beliebt machen. Bei den anderen. Defendete l'area e proteggete l'Bombe. Ja, das Spiel geht ja schon los und ich stehe da dämpft rum, ne? Jetzt mal bitte. Dank er dafür du Arschloch Unnötig nicht gehittet, Alter Was ist jetzt, Alter? Nein Ist das jetzt auch der offene Tür, oder was? Das ist jetzt lustig Ich will mir jetzt die Hälter und dann haben wir die Bombe Trotzdem nicht packt auf in der Tür, Alter Ich sehe nicht der Deutsche, den alle hassen, ist an der Front Alter, jetzt übergreif halt nicht Man kann sie übertreiben, ne, aber Aber da kommt er da Ich kann es vielleicht sagen Bestimmt Bestimmt Klingt gerade leicht unter Stress Boah, Digga, das ist wirklich Ah ja, Digga Der Chat ladet wieder nicht Digga, nice Die Verbindung wieder, ey Also wie oft will das Scheißes Loch bei mir abkacken Ja, hier Ja, jetzt Ah, in Rank, da würde ich noch mehr abkacken, als wie ich jetzt schon abgekackt bin. Und würde meine Karte hilferschlechtern. In Rank bin ich richtig scheiße. So, also wer wollte jetzt alles mitspielen? Oh, Digga, ich habe so Magenschmerzen gerade, weil ich mich gerade so reingefressen habe. Jo, wie viel Geld hast du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. 23.299. Okay, shoppen. Ja, was für einen Operator soll ich mir holen, Alter? Hab halt nur Plan, welche Fechter und Operator alles gut sind, das ist ja das. Zeig mal, ja. Ja, ich zeige, ja. Guckst du. Neuer, neuer Rück ist gut. Bänder. Ja. 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 Boah, Digga, ich habe so Bauchschmerz, einer legt mir um. Ja, dann nehme ich einfach Maverick und fertig. Oh scheiße, was tue ich denn? Ey. Da bleiben, Alter. Arschloch. Ja, ich habe jetzt einen malmöbel. Ja, das ist richtig. Ja, ich habe Able, Alter. aber da habe ich nur das gepost 4 man Will mich jetzt das Spieltrollen oder so? Wurschtbar schon Also Ist das ein Game oder was? Wenn ja, dann habe ich es tatsächlich nicht Ok Wurschtbar 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 No, like, no Okay Man merkt wirklich, dass ich null Plan hab von dem Game, alter Wie lange spiele ich jetzt Rambo? Vielleicht Eineinhalb Jahre vielleicht Obwohl, sag mal Ja doch Ein Jahr jetzt vielleicht Vielleicht ein bisschen mehr schwer, ein Jahr spielt das Game jetzt mal Ich bin gerade am überlegen Ob ich Ob ich noch irgendwas Noch anders streamen könnte Weil das Problem ist Weil sobald ich aus dem Game rausgehe Und ich in ein anderes Game reingehen Wird ja das Stream beendet Äh Bin jetzt auch halt am überlegen Was ich das nächste Was ich dann anderes zocken könnte Wenn ich jetzt den Stream jetzt mal verenden würde Oder so Das Ding ist, ich hab nicht mal ne Ich hab nicht mal nen Plan, wie lange ich überhaupt live bleibe Aber Vielleicht nach anderen Sprüchen oder so Warzone Ich hab tatsächlich Warzone gar nicht Ich könnte jetzt Spiele anbieten, Wahlmann Also ich hab gerade Rainbow GTA Minecraft Batman Batman Arkham Knight Das sind so jetzt die Bis das Geld kommt Ja Kann ich dann auch machen Aber dann müsste ich den Dann müsste ich generell Ein komplett neuen Stream machen Ja, aber ich spiele das ja auf dem Dings Auf der Auf der Play Also du hast ne Playstation dann ja Diese Hoffnung Ja Diese Hoffnung Ja Lass das an Dann spammen Die Die Geht bei GTA Ja Warte Du hast alleine nur 111 Nachrichten geschickt, ne? Dann Dann fangts schon mal an Dann fangts schon mal an Okay, okay, okay Aber dann fangts schon mal an Ausein wie ist dein Name, das würde ich ändern ja warte, ich schreibe es einfach mal in die Kommentare hab ich es nicht mal richtig schlimm das ist mein Playstation Name so und wenn es geht jetzt nicht spammen, also gibt es einen fetten Timeout ich will nicht, was die ganze Zeit zugespampt wird Hallo Digger hab ich peaked trotzdem mal die Ecke, die ich jetzt habe ab ja, dann nehme ich dich schnell kurz an wenn das jetzt laden würde schnell ah, ich denke nicht ich hätte dich gleich, warst du am 5 wo ist denn da jetzt? der Pflege ist nicht das ist ein Trapp, Alter fach auf Digger, warum sind das alles Trapp, Alter? Digger ah, das ist gut ja warte, ich nehme jetzt eine FA an ah Digger, nervig so gut ich muss noch aufstoßen, Alter perfekt juhu ich will aber noch schnell das Meldsch noch fertig ich kann noch einen Kollegen mitmachen oder ja, mir ist es im Prinzip wurscht mir ist es tatsächlich relativ egal super etwa auf alles ja hatte was was Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon wieder. Hast du lange geschlagen? Nein! Ich hab's mir schon gedacht, dass er einfach eingepennt ist. Das war's. Aber einmal kurz bist du noch wach geworden, ne? Ja, nicht mal dafür hätte die Kraft mehr gereicht, ne? Ja, muss auch mal sein, ja? Hm, ich weiß nicht, glaube ich ja. Eine Rauchen, also? Ist das irgendwie ein Ritual bei dir? Aufstehen, 50 mal irgendwie selbstverletzen aus Versehen und dann kann der Tag losgehen, wa? Ja, ich weiß nicht. Noch 10 Sekunden Wir sind in 5 Sekunden Gata pronta, starte auf der Lärm Beobacht die Bombe! Der敦er hat einen Disinnescator Die Squadre d'attacke hat eine Bombe Was? Die Squadre d'attacke hat eine Bombe Ich hab noch einen Der hat eine Lärm Was? Ja, geht hurt Ich hab noch einen Ich hab noch einen Ich bin auch immer am Essen. Ja, die meiste Zeit bin ich manchmal am Essen. Wenn es gerade nichts so zum Fahren gibt. Ja, ich gehe mal kurz auf zuletzt. Ach, komischerweise bin ich mit Essen wiedergekommen. Ganz komisch. War auf einmal da, ich konnte nicht widerstehen. Weil es bestimmt so 10 Sekunden auf Toilette verbracht hat, aber 20 Minuten dann vorm Kühlschrank. Was nehme ich mir jetzt? Das hat doch noch mehr. Operator, alleator, imasto. Der mich konstruiert wird. Nein! Ich habe auch keine Ahnung. Nein! Defensoren eliminiert. Fissione fallen. Genau, ich musste der letzte sein, Alter. Ich glaube, ich sollte aufhören zu essen, also schweige ich mich noch gleich an. Oh, nein! Boah! Ja, ja, ja. na dann gehe ich heute zur bank ob das heute was bringt wetten werden noch angenommen die 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 Schlachter sind in der Bühne. Das war es so barricato! Barricato! Oh, rinforz... immer wieder gern weißt du doch wie immer jetzt auch mal ein bisschen warten tut mir leid wie immer er macht immer ein essen das ist schon wieder ausgemacht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 davor war ich wirklich schlaf war für mich irgendwie nicht vorhanden dank wen habe ich einen einschlaf rhythmus nein weißt du nicht nein ein bisschen wieder ganz sicher ja Ja, Frau Lai. Ja. Spiel seid einfach Bruder Nein. Occhio, la squadra d'Atacqua trovando una bomba Hicarico, copriteme! Occhio, el malediat amaro! I can't get him at the peak in the wind. Ah, this is a Madiga. mach wie du willst weißt du doch ja ganz seltsam danke dafür ich weiß dass ich kacke bin ach ja das darf ich ja nicht sagen so ja entschuldigung ich weiß ich darf das nicht sagen sonst kriege ich wieder Schläge ein operatore alleato rimasto missione fallenda difensori uccisi Reife T n das ist es nicht Die lebte ich war Vielen Dank. Wer lädt ein? Soll ich einladen? Ja, ich weiß, was du wieder denkst. Ist okay. Hä? Gar nichts, ne? Ja, alles ist okay. Äh? Äh? Ja, ich weiß, was du hast. Ich bin einladen. Ich bin einladen. Ich bin einladen. Ich bin einladen. Das war dann für 10 Sekunden. 5. Basta in den Torz. Ich bin einladen. Das ist ja Zeit, ne? Läuft. Ich? Äh, Tomatina. Ich bin schon ein bisschen früher, seit halb acht wach. Ich bin... keine Ahnung, wann ich gegangen bin. Juni, komm, machst du irgendwas? Was machst du denn? Du bist in einem Match drin? Ja, Digga, ich bin euch beigetreten und ich dachte, ihr habt schon ein Match gestartet. Ja, meinsen, Alter! Ja! Deki, kannst du ja mal auf Discord gucken, was ich gestern gedacht habe. Hey, der Typ ist so... So, aber jetzt bin ich da. Boah, ey, das kann man nicht in welche Ernst. Ich bin der Dreck und die Menschen, die Stimme soll jetzt schon gefüßt, da ist drei Stimme und es sind Garten. Ja, genau. Ja, genau. Boah. Boah. Oh, nee. Was mach ich schon wieder auf? Wieder du Scheiße. Hm, warum? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ach, Scheiße. Oh. Oh, Ehre, wir haben was gefunden. Oh mein Gott, warte, ich muss trocken können, wenn ich dann noch rauskomme. Wie viel da noch? Ähm, Quatsch, auch nicht. Aber ich brauch nicht. Ich hab eigentlich einen Schlafen von Schlafen. Ich hab noch einen Schlafen. Kaffee? Warum Kaffee? Hm. Okay. Okay. Oh, okay. Ich hab noch einen Schlafen. Ich hab noch einen Schlafen. Kaffee? Warum Kaffee? Und ich hab noch einen Schlafen? Jr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Okay, mach ich. Da seh ich mich drin. Amaru und Reinda. Ich bin doch nett zu dir. Nicht? Hä? Äh? Da ist Rainbow. Du hast du doch blöd gefragt, was das ist. Nein, ich hab nicht gesagt, das tut blöd, nicht nur. Deine Frage war blöd. Ich auch weiß, ich fahre sofort schon Aufsatz drauf. Oh, geförd. Der Amaru und Reinder! Hast du doch gesagt, oder? Amaru und Reinder! Einfach zwei Kills und fertig! Ende Gelände! Weiße, dann nehme ich Amaru und gehe rein da und dann wird sofort gefragt, was machst'n du da? Ja, tut mir leid, das nächste Mal warte ich einfach bis ich sterbe, okay? Ich gehe rein und stehe dann einfach nur noch da. Und schon wieder kein Aufferback. Ja. Alter, du bist so ein Pärken. Was für? Gar nicht wahr? Hab ich nie behauptet. Kann ich mich gar nicht gewinnen, weil ich mich am Rädern habe. Ja. Da ist ein Pärken. ... ... ... ... ... ... ... ... Richtig talentiert, Alter. Natürlich. Ach nix, alles gut. Oh nee, bohr ein Quatzer. Alles klar? Alles klar? Okay. All the cave. Hmm. Hmm. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Nichts die Wahrheit. Boxt. 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 Ultimo nemico remato. Vittoria la defesa, nemici eliminati. Brr, tot ist tot. Primavera. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lobby Ich wollte es unbedingt Ist so Ich wollte es unbedingt 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 Ich muss es unbedingt Ich wollte 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 es unbedingt Wir werden da nicht der ja jetzt ja hab ich ja das wusste ich nur dass da noch einer kommt ich bin doch dabei Hey! Ah! Woah! Oh, da ist ein anderer Tag wieder. Ach, eine Woche. Ja, wird gut spielen. Was hast du da, Kai? Für den Kopf hat er gesagt, dass die Knochen auf dem Kopf hat gesagt. Mach mal an. Mach mal an. Geh mal weiter essen, ne? Wissen auch was hat er gesagt. Okay. Geh mal. Geh mal weiter essen. Geh mal weiter essen. Ja, ne? Ja, ne? Du, du, du. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ja, ne? die uniform geht noch voll fit irgendwie eine nummer für sich war der gleich mal anschlag machen das wieder aussieht nicht okay hat mir das auch schon mal geklärt ja wahrscheinlich ach du scheiße also vor dem wach nachdem du einen auf also eigentlich schon direkt fett zu verkriegen doch so ... und dann noch aufhören... ... und das ist gestößt. Ey, wenn du das echt gemacht hast, dann nirgends noch ein Futebol für ACTV. Wie bescheuert! Was mehr einer dieser Vorstellung? Nee! Was packt denn die nicht? Das war ein bisschen Schock, ne? Ja, wir sind... also wir haben einen Brenzmuss drin. Brauchst du einen OP? Oh nein! Äh, ich bin ein Kleinkind. Okay, ein Kleinkind. Und, ähm... ... und, ähm... ... und, ähm... Ey, bin ich hier echt jetzt nur mit Rentnern hier? Na dann! Ja, wie alt ist die dann? Jetzt kann was werden. Och! Ich hab gesagt, ich bin dran nur mit Rentnern herumzuspielen. ... und... ... und, ähm... ... ach, Digger! Dieser Scherzfurt-Ohrsturz, Alter! Ich krieg dich einen Arm voll. Was ist denn für dich ein Rentner? Alles was älter ist als sie! Ja, sie hat es aber gekonnt verbieten, ihr Alter zu nennen. Aber ich bin der Jüngste von euch. Da hat sich jetzt geschicht da drum geredet. Da gucke ich doch nicht nach. Da guckt nie einer nach. Ich stalk doch nicht die Leute direkt. Wie alt bist'n du? Soll ich echt sagen, wie alt ich bin? Ja komm, hör raus, du alte Sackfalte! Okay, ich bin 15. Ah ja. Gedenkt! Gedenkt! So jung bist du selber nicht mehr, also... Zwei Euro. Jünger. Ja, meint's in den zwei Jahren sitze ich im Rolli und du nicht, oder wie? Nee, nicht wirklich. Ja, ich hab schon cool. Ja, ich hab schon cool. Oh, war... Was denn? Meinst Leute in deinem Stream? Klar, du gehst auf den Namen drauf und dann steht da blockieren, oder gibst den Namen ein. Suchst du und gehst dann auf blockieren. Ja, du kannst die Leute blockieren. Bisschen. Boah, sorry. Das merkst du doch dann schon alleine an der Art wie er schreibt. Und auch wenn man schreibt, kannst du es geschickt so machen, dass man nicht erkennt, dass es einer selber ist. Ich kann es ja leicht fälschen. Außer man ist dumm. Ja. Und er ist dumm, also... Kann ich nicht beurteilen. Ich bin die Person nicht. Ich auch nicht, ich kann es beurteilen. Hä? ... ... ... ... ... ... Aber du schreibst ja auch nicht so oft zurück. Und du schreibst ja auch nicht so oft zurück, aber du schreibst ja auch nicht so oft zurück. Und du schreibst ja auch nicht so oft zurück, aber du schreibst ja auch nicht so oft zurück. Und du schreibst ja auch nicht so oft zurück, aber du schreibst ja auch nicht so oft zurück. Was? Was? Ja, ich hab die geantwortet. Soll ich die nicht antworten? Ja. 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 Was ist das? Das war's für heute. Entschuldigung, dass ich hier die Ash geklaut habe. Hättest dann vielleicht einen Ace gehabt. Alles gut, wäre sowieso mein erster dann gewesen. Hatte noch keinen. Lord. Das war's. Was ist nicht? Ach, das meinst du? Ja, das hast du mir schon gefragt. Warte. Ja, geht. Wie? Geht. Boah, was für Schieds hier benutzt werden. Das ist kein Fehler. Das sind nur Spielfehler. Was verwirrt ihr dafür? Ah, mein Name ist gut. Ich muss ein bisschen herziehen. Nein. Ach, fuck. Ja, alles klar, Digga. Oh, die kommt schon rein. Ich bin schon durchgebriefst, ne? Nice. Gut, stimmt. Rieser ist einer. Ultimo nemico remato. Einfach mit Pistole. Okay. Ja, ich hab einfach nur ein bisschen zu niedrig geaimt gehabt, sonst hätte ich einen gehabt auf jeden Fall. Ja, ich hab einfach nur ein bisschen zu niedrig geaimt gehabt, sonst hätte ich einen gehabt auf jeden Fall. Okay. 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 Ja, ich hab einfach nur ein bisschen zu niedrig geaimt. Ich hab immer noch ein bisschen zu niedrig geaimt. Ich hab einfach nur ein bisschen geaimt. Ich hab einfach nur ein bisschen geaimt. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts! Ach ja. Ich vergesse das immer. Hat jetzt einer mit dem anderen nichts zu tun. Ach. Ach. Ja, normal. Hey, yo, er schreck mich doch nicht so. Ja! Wo kommst du, du Hurenkind? Ja. 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 Oh, ein Hafen, oder? Das war's für mich. Die Team haben eine Bombe gefunden. Nein. Ich bin ein HP. Ich bin ein HP. Der Operator ist vorbei. oh missione fallita difensori neutralizzati a 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 Ich hab mir so gedacht, hast du die nicht gesehen? Hast du die nicht gesehen? Ich bin rechts rüber, dann habe ich sie gesehen, dann keine Ahnung was sie gemacht hat. Bei mir hat das so ausgesehen, als hätte die auf einmal ins Salto geschlagen. That's no joke. Ja, ich hab die niedergestrickt. Niedergestrickt, die Sau. Das wäre schon nice, ne? Das wäre schon nice. Du bist so nice, ne? Du bist so nice, ne? Du bist so nice und so? Mein Clip. John리 Ulrich, er hat sich in den Abstand von der Bcount. GIRLGURGEN Ich fand es die Bedingungen des B vibrationsma footnotes haben. Auf geht's rein da. Was er denn da? Was ist das? Was ist der Schraub? Verste ich den Schraub! Du hast den Schraub getötet. Wir haben den Schraub getötet. Mann, wo geht's der Schraub? so hey what the fuck das geht das nicht wo ist diese andere scheiße ich geh jetzt den ersten umweg das geht das nicht warte mal ich mach das mir auf uns dann mal kaputt das war die falsche taste kannst du nicht ja wenn ich treffe dann die kommen schon warum ist er auf einmal hinter mir alter dieser scheiß ohne oh scheiße kala na klar was fragst du noch ich mach die dropper war 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 Die zwei sind zu. Was? Der hier, wo ich draufstehe? Die Squadra hat eine Bombe gefunden. Präpare auf die Schmerz. Mach das. Ich bin zu fett, ich komme hier nicht mehr raus. So, mach die Drohne direkt aus. Ich bin zu fett, ich bin zu fett. Region Zwei Stück Digga, warum liegt der am Boden wie ein dummer Bastard Garage Ja Auf einmal können die was, weißt du Ich habe den links Jaaa safe Und dann geht's! Das war es für mich! Den Rand rufocht! Ich weiß es! Ich hätte sonst Kait gemacht von unten. Ja, dann mach ich halt von unten. Ella Shotgun. Einfach weil du Ella Shotgun bist, ne? So, mach die Wände, ich geh runter. Ja, fing der noch ganz gut. Ich hab das erst zweimal gemacht. Ich glaub eine ist hier. Hier noch. Was ist das? Ja. Ja. Die Wände sind voll? Ja. Ich hab schon, ich hab schon gut. Ja. Ja. Ich hab ihn. Okay. Okay. Alles klar, On Roof, Alter. Oh, die sind schon On-Spot, glaube ich, oder? Ja, die sind auch welche oben am Dach. Ja, die sind schon On-Spot. Hey, fuck mich dann jumpen diesem scheiß Telefon. Nein. Ich glaube, da kommt noch einer, oder? Ja, den Ash habe ich schon geholt. Ja, die sind schon. L'ultimo nemico rimasto. 15 secondi. 25 secondi. Il tempo scade tra 10 secondi. Rimangono 5 secondi. nicht mehr Zeit Oh mein, das ist ein Pack. Eine Runde noch, dann habe ich ein legendäres Alpha Pack. Ach, scheiße, Mann. Ja, das letzte. Universeller hässlicher Talisman. Klasse. Also das letzte legendäre, dann kriege ich noch eine epische. Und das war's dann. Aber bitte nicht wieder sowas wie... ...gestern mit Nischen, ne? Mit der Waffe. Legendär. Alter, da ist meine Kotze ja legendärer. Nicht much? Ich mag die Person ausgehen. Ich mag die Person ausgehen. Diese scheiß Karte. Es gibt eine Option. Achso, wir sind Verteidiger. Toll. Es gibt eine Fähne, wenn wir einmal auf den Reinsor, ne? Ja, es gibt auch eine Verteidiger-Option. Ich weiß ganz genau, dass es denen nicht leidtut. Du Miststück! Oha! Ja, als ob ich das noch nie gesagt hätte. So ein privates Eigentum, du Miststück. Ja, das ist so das Limit. Nimmt aber nicht wieder mit Humor auf. Jackie weiß ja auch, wie... Jackie weiß ja, wie es gemeint ist. Proteggete die Bombe. Ja, so wie man sagt. Ich bin nicht so schnell. Hey, mach mal zacken, langsamer. Schieß doch, schieß doch. Erstmal den Kopf zu machen, ne? Ich habe eine Bombe. Ah, keine Ahnung, wo ich hin soll. Das ist wieder... Überforderung für mich. Hier im Fenster. Hast du? Immer noch hier im Fenster. Einer drohen von unten. Ja, schock mich doch noch mehr. Wo ist er? Der, wie viele hat er denn noch? Drei Stück. Er ist tot. Nice gemacht, Dickey. Nice gemacht, Dickey. Die Karpi, Dickey. Oder, das ist meine Güven. Erstmal da. Da ist es sehr. Da ist es schon mal. Ja, da ist es wieder besser. Nein. Da ist es noch ein paar Beispiele. Ja, das ist ein paar Beispiele. Da ist es nicht so ein paar Beispiele. oh mein gott alter ja von der seite ne einfach nur nein ja von der seite ich habe ihn fuhre ja von der seite ja von der seite 15 Sekunden Defensoren, in der Falle Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.